Musik Freunde in der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fotomove live, wie immer, Freitagsabends, nicht wie immer, dieses Mal um 21 Uhr, was einfach dem regelmäßigen Charakter und dem Einbau dieses Formats in mein eigenes Leben geschuldet ist. Auch heute haben wir wieder einen bunten Strauß von interessanten Themen und die Überschrift und heute ist Fotos im Fokus, das deutet glaube ich schon für die meisten ziemlich genau darauf hin, wo heute der Hase lang gehen wird. Ich möchte mich wie immer und auch immer noch nachhaltig für die zahlreichen Zuschriften bedanken, für die konstruktive Kritik und heute darf ich mich mal für ein konstruktives Lob. Ist Lob immer konstruktiv? Eigentlich schon. Also für das Lob bedanken, denn direkt zwei Zuschauer schrieben mir im Anschluss an die Sendung, wie schön, was du da machst, ist ja so ein bisschen Ersatz für Domian gucken. Und beide fragten, ob mir das denn recht wäre. Und entschuldigt mal, das ist ja ein Adelstitel, ein Domian-Vergleich ist ein Adelstitel. Ich danke euch sehr dafür und das ist natürlich auch das, worum es in dem Format insgesamt geht und alle, die so ein bisschen sagen, kann das nicht mal kürzer sein? Nö. 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 Ich will ja auch kürzere Dinge zwischendurch machen. Ich lade ja auch regelmäßig Videos hoch. Ich mache jetzt eben Lazy Lightroom. Da bemühe ich mich zumindest einigermaßen um Kürze. Das ist in Ordnung. Das ist auch wichtig für den Kanal. Aber die eigentliche Sendung soll schon so gestaltet sein, dass ich und wenn ich Gäste habe, wir da eben auch ausreden können. Und es ist vielleicht auch kein Format unbedingt oder keine Sendung unbedingt für den 16-Jährigen, der in der Schule morgens mal kurz ein lustiges YouTube-Video gucken will, sondern Kultur ist ja durchaus ein ernstes Thema, mit dem man sich dann auch mal etwas wortreicher beschäftigen kann. Also danke, danke, danke für die Domian-Kritik beziehungsweise den Domian-Vergleich. Der freut mich nachhaltig. Schickt Fotos. Ich werde das hoffentlich noch mehrfach sagen, denn gerade so ein Format wie heute Abend, also so eine Idee, wieder mehr Bildkritik zu machen, lebt da natürlich von. Und da bekomme ich auch an sich sehr gute Rückmeldungen, dass eben viele der Zuschauer sagen, genau, da ist so ein Trick und so ein Kniff, den kannte ich noch nicht. Und das habe ich in dem Foto tatsächlich gar nicht gesehen. Da kann ich auch mal darauf achten. Also sowohl der Lehraspekt, also einfach die Tatsache, dass man immer an guten Fotos, die anderen gemacht haben, etwas lernen kann. Und von daher schickt sie mir. Ihr wisst, dass ich kein Höllenhund bin, was die Kritik angeht, sondern eigentlich ganz verträglich und auch immer mit berücksichtige, von wem die Bilder kommen. Also her damit, öffnet euer Archiv. Und der dritte Punkt, den ich vorweg schicken muss, ich glaube, es ist schon der vierte, dritte, siebte, ist, dass ich nochmal an die Abo-Überraschung erinnern will. Die Zugriffszahlen der ganzen Sache hier sind nach anderthalb Monaten, wie ich finde, schon erfreulich im Wachstum begriffen. Also nicht bombastisch schnell, aber stetig. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich hier sitze und mich nur selber unterhalte, sondern alles findet, selbst wenn ich mal keine Werbung mache, was im Moment zugegebenermaßen seltener ist, immer seine Zuschauer. Und das freut mich sehr. Trotzdem vergessen alle und insbesondere die, die ich auch persönlich kenne, was ich sehr schade finde, vergessen dann immer, wenn sie euphorisch Fotomove gefunden haben, dann auch auf den Abo-Button zu klicken. Das ist tatsächlich für mich und für meine Stellung bei YouTube von extremer Wichtigkeit. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Domain, von der ich früher sprach. Da merkt ihr ja selber, habe ich ein bisschen getrickst. www.fotomove.de funktioniert ja. Aber da geht es tatsächlich darum, wie oft mein Video ausgestrahlt wird. Und das hängt eben auch von den Abonnentenzahlen ab und von der Art oder von der Anzahl der Klicks auf diesen dummen Button. Wer, und das ist das Zweite, auch das sei kurz erklärt, ihr seid ja alle nicht so YouTube-Spezialisten. Wer, weil ich ja eben auch oft live sende, da informiert werden möchte, also einfach eine kurze E-Mail hier, der Scherer ist wieder mit seinem Fotomove bei YouTube. Der muss zu dem Abo-Button auch noch auf das kleine Glöckchen klicken. Da gibt es noch ein kleines Glöckchen. Und dann bekommt man Nachrichten, wenn ich live bin. Und wer das nicht tut, ich bin natürlich auch niemandem böse. Ich freue mich ja auch einfach, wenn ihr so zuschaut. Was steht heute auf dem Plan? Ich bin ein bisschen verwirrt, was das angeht, weil mir heute in letzter Minute quasi, ich bin schon seit heute Nachmittag unterwegs, deswegen die Vorbereitung lief irgendwann gegen Mittag. In letzter Minute noch ein schöner Veranstaltungstipp auf den Plan geriet. Und den möchte ich auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Weiß noch nicht genau, aber wir haben Bildkritik. Wir haben heute zwei Fotografen, die in der Bildkritik sind. Einmal den Michael Fischer und einmal den Tim Klein-Resing. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Beide haben mir sehr schöne Fotos geschickt. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal drauf gespannt sein. Es wird noch, wie immer, einen YouTube-Tipp geben, den ich einspiele. Einspiele und dann eben noch die von mir angesprochenen News, die dann da reinrasseln. Kommen wir aber zu Bildkritik Nummer 1. Das wäre schön, wenn das Logo jetzt auch wirklich mitten auf dem Bild gewesen wäre. Aber was soll man tun? Ich schalte um auf den Bearbeitungsbildschirm. Da seht ihr auch unten rechts das Lazy Lightroom Logo. Lazy Lightroom ist etwas, was ich im Moment in kürzerer Form fast täglich, klappt auch nicht immer, aber fast täglich abends ausstrahle und das dann am nächsten Tag zur Verfügung steht. Es geht darum, dass ich in diesem Format Instagram-Fotos für meinen Account bearbeite. Und ihr könnt dabei zuschauen, in welcher Form ich auswähle, wie da vielleicht meine Strategie ist, warum ich was auswähle etc. Und deswegen ist das hier so schön vorbereitet. So, der Michael hat mir folgendes Foto geschickt, das ihr jetzt vielleicht euch auch einfach mal in Ruhe anschauen könnt. Während ich Kaffee trinke. Dazu gibt es jetzt leider keine Musik. Das ist bei Einzelfotos ein bisschen schwierig. Also einzelne Bilder schicken, lieber Michael, ich hatte das zweimal jetzt so zwischendurch gesagt, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man sie dann ja auch nicht im Zusammenhang besprechen kann und auch nicht weiß, in welcher Reihe sie entstanden sind und weil ich sie auch einfach nicht so schön präsentieren kann. Das ist auch für die anderen, die mir Bilder schicken. Schickt mir doch zumindest drei, vier Fotos, gerne auch ein paar mehr. Dann hat man auch so mehr Geruch dafür, was euch fotografisch bewegt, was euch wichtig ist. Wir sehen hier in diesem Quadrat, das ja immer ein sehr ruhiges Format ist, sehen wir fast aus so einer, ja es ist ja schon fast so ein bisschen Beobachter, wenn nicht sogar Voyeur-Perspektive, da zwei, ich vermute mal, dass es junge Mädchen sind. So an der Beinform gemessen, wenn man das kann, auch die Hände wirken eher wie Mädchenhände und die Kette da oben, dieser Armreif, also zwei Mädchen, die da am Handy spielen und sich da am Rande niedergelassen haben und offensichtlich da ganz begeistert mit ihrem Handy umgehen. Das Foto ist, ich finde, sehr schön, in schwarz-weiß umgerechnet, nicht drastisch, aber durchaus knackig, also ist ein Foto, das einem schon entgegenspringt und was ich ja mal wichtig finde, dass uns eben auch eine kleine Geschichte erzählt. Der Michael, als ich noch mit meinem Freund Thomas Borgmann zusammen das fotografische Duett moderiert habe, da zu der Zeit, das ist ja schon lange her, hatte der Michael mir schon mal ein Bild geschickt und ich weiß, dass wir da so für unsere Verhältnisse zumindest relativ kritisch mit umgingen, weil es ein sehr gestelltes Foto war. So eine junge Frau war da drauf, es war glaube ich als Bewerbungsfoto geplant und da haben wir doch das ein oder andere zu dieser gestellten Situation gemacht. Deswegen bin ich gesagt, deswegen bin ich sehr froh, heute dieses Bild zu haben und wir sehen eben im Hintergrund auch diese wunderschöne Unschärfe und eben im Vordergrund, ich glaube hier so diese zweite junge Frau ist da glaube ich mit am deutlichsten abgebildet, wir sehen, dass er da einen bestimmten Fokus gelegt hat und das betont natürlich nochmal diesen Aspekt und ich sage jetzt immer Voyeur, das ist aber nicht böse gemeint, das ist jetzt keine sexuelle Form von Voyeurismus, sondern so eine Form von man entdeckt etwas am Rande und bleibt dabei unbemerkt. So eine Form von Voyeurismus ist damit gemeint. Man kann sich ja förmlich vorstellen, dass man da tatsächlich steht, diese Szene sieht und dann so ein bisschen ins Grübeln kommt, das tue ich nämlich auch. Was mögen diese Mädels da gerade tun? Besprechen die sich vielleicht aufgrund des Alters der Mädels hat man auch so ein bisschen ja, vielleicht sind die ein bisschen gibbelig oder flirten vielleicht gerade per WhatsApp mit irgendwie ihrem Freund, weil beide sind ja recht deutlich da am tippen. Wir sehen hier so in der Nahbetrachtung des Bildes auch, dass das eben nicht so knackeratten scharf ist, also eben nicht so künstlich, sondern dass da auch Bewegungsunschärfe drin ist. Die beiden sind da auch irgendwie mit Tippen beschäftigt, auch der Fotograf steht da irgendwie nicht ganz still im Bild. Also das verstärkt so diesen Eindruck der klassischen Street-Fotografie, der Straßenfotografie, dass man irgendwo vorbeigeht, der Blick erspäht etwas und man fängt das ein. Also im besten Sinne den Schnappschuss, man fängt ihn ein. Und ja, das finde ich hier eben sehr gelungen. Man hat trotz des Schwarz-Weiß fast so ein Sommergefühl, sommerliche nette Situationen, wo zwei Mädchen in ganz schöner Stille sich dabei oder gerade dabei beobachtet werden, wie sie da mit sich selbst in Ruhe sitzen und eben da kommunizieren. Sehr, sehr schön. Schöne Bildaufteilung. Da kann ich gar nicht mehr zu sagen. So ein bisschen hätte ich, um jetzt auch was Kritisches anzumerken, mir vielleicht einen etwas anderen Standpunkt gewünscht, wenn es möglich gewesen wäre. Das heißt klar, dass der Fotograf, weil das wäre ja möglich gewesen, ein bisschen vielleicht in die Hocke gegangen wäre. So haben wir so eine von oben Perspektive, die vielleicht nicht ganz so schön ist. Das hätte auch gleichzeitig dazu geführt, dass hier unten diese Blätter eventuell verschwunden wären, weil in der anderen Perspektive wäre der Bildausschnitt ja auch nach oben gerutscht. Jetzt weiß man natürlich nicht, was da oben hinter den Stühlen noch so lauert. Vielleicht war dahinter, guck mal, da ist nichts mehr, man kann nichts sehen. Vielleicht ist dahinter noch was Unschönes. Aber die Perspektive gefällt mir nicht ganz so gut und man hätte auch durch einen Schritt nach rechts so bestimmte störende Elemente wie hier dieses, was immer das ist, Metallding ausblenden können und vielleicht wäre hier sogar der Zupfel von der Tasche, einfaches Wort, von der Tasche eben auch noch verschwunden. Ja, an sich, wie man so schön sagt, aber sehr, sehr schön. Und ja, ich danke dem Michael ganz, ganz herzlich für die Zusendung seines Fotos. Kommen wir zum zweiten Punkt und das ist heute mal der YouTube-Tipp des Tages. Und zwar handelt es sich mal, die letzten Male habe ich ja immer auch fast Bekannte vorgestellt oder ganz kuriose kleine Sachen und heute möchte ich mir was Großes vorstellen, nämlich Miranda Sings, einer der ganz großen YouTube-Kanäle. Aber wirklich gut, wirklich gut. Es geht um die verrückte Miranda, die eigentlich, ja, die wirklich verrückt ist, die eigentlich gar nicht singen kann, aber glaubt, sie ist Sängerin, die allen irgendwie ganz schnell auf den Keks geht, aber auch auf der anderen Seite ein unglaublich bemitleidenswertes, verrücktes Mädchen ist, die immer darauf hofft, dass sie bei YouTube eben große Karriere macht. Ich glaube, deswegen empfehle ich das jetzt auch. So ein bisschen Miranda steckt vielleicht auch in mir. Und ja, es ist ganz verrückt, wenn ihr die Videos auf YouTube schaut, dann die rülpst und die furzt und das ist eine ganz verrückte, fast ein bisschen eklige Person, die auch ganz eklig aussieht. Und was dann verrückt ist, man bekommt relativ schnell raus, diejenige, die diese Miranda verkörpert, ist Colleen Bellinger oder Bellinger. Und die ist ein Comedian, die aber auch damit groß geworden ist. Sie hat schon mit 16, glaube ich, angefangen, diese Miranda zu verkörpern. Und das Schöne an der Geschichte ist, es gibt zwei ganze Staffeln Hater's Back Off. Das ist im Prinzip die Lebensgeschichte von Miranda und zwar produziert und gedreht und ausgestrahlt auf Netflix in ganz, ganz großem Format. Und ich muss sagen, für meinen Geschmack grandios. Also Hater's Back Off, beide Staffeln. Wer Netflix hat, unbedingt schauen, erzählt, ist ganz, ganz großes Kino, eine ganz tolle Sozialstudie und schreiend komisch, schreiend komisch. Und leider ist Netflix nicht in die dritte Staffel gegangen, aber wir haben ja noch den YouTube-Kanal, den möchte ich euch empfehlen. Und die Adresse findet ihr wie immer unten, unten in der Beschreibung. Da braucht ihr dann nur draufklicken, sowohl zum Hater's Back Off Netflix Special als auch zum eigentlichen YouTube-Kanal. Schluck trinken. Aus meiner schönen Marienkäfer-Tasse, die ich nicht missen möchte. So, kommen wir zum zweiten Teil Bildkritik. Und zwar hat mir Tim Kleinresnik, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Kleinresnik, Resnik, Kleinresnik, Tim, wir bleiben mal bei Tim. So, Tim hat mir Bilder geschickt und fragt sehr lieb danach, ob ich die besprechen würde. Und ja, ich bespreche die und ich bespreche die auch sehr gerne. Und er hat mir etwas mehr geschickt, deswegen können wir gerne da erstmal so eine kleine Zusammenfassung seiner Bilder starten. Und er hat mir geschickt, das war ein sehr, 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 sehr. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, danke schon mal Tim, ich denke ihr konntet euch so ein bisschen auf die Bilder einstellen, das finde ich eigentlich am Anfang ganz schön, wenn das möglich ist, weil so begegne ich den Bildern ja eigentlich auch das erste Mal, vielleicht nicht mit so romantischer Musik im Hintergrund, aber auch ich schaue natürlich erstmal in Ruhe drüber. Und ich will jetzt schon mal vorweg nehmen, es sind drei sehr unterschiedliche Bilder, aber ich finde, dass sie alle eine bestimmte Grundstimmung haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu fassen kriege in dem, was ich sage, aber wir schalten da einfach mal um, das habt ihr ja im Prinzip auch eben schon gesehen. So, wir haben einmal dieses, ja und jetzt weiß ich gar nicht, müsste ich mal fragen, ich habe immer das Gefühl, das wäre Frankfurt, aber das kann gar nicht sein, weil da Zero Sugar steht. Ich weiß nicht, warum ich so ein Frankfurt Gefühl habe, vielleicht wegen diesem Haus, aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist klassische Architekturfotografie, wäre das falsch. Denn es hat auf jeden Fall eine Emotion, die für mich darüber hinausgeht, vielleicht auch, weil diese Werbung ja fast so außerirdisch aussieht. Also diese Farben der Werbetafel und ich glaube vor allen Dingen, ja, diese horizontalen Linien im Bild, die dieses Gebäude da so zerteilen, die wirken wie einmontiert, wie unwirklich, wie aus so einem Zukunftsfilm. Also ganz, ganz merkwürdig und erinnert mich auch gar nicht an Werbung für Coca-Cola, sondern wenn man da genau hinschaut, das ist eher wie so Bahnschranken, wie Bahnschranken oder Absperrflatterband. Also eine ganz komische Mixtur, aber auch die Häuser, wir haben ja dieses, ja fast wie ein Spukschloss anmutende Haus, dieser Altbau mit diesem Turm, der da auch gegenüber diesem Haus steht, das ja so eine 60er Jahre Atmosphäre hat, also so eine 60er Jahre Architektur. Auch das ist schon ein komischer Kontrast und auf dem drauf, quasi als dritte Ebene, Entschuldigung, da bin ich vertippt, als dritte Ebene liegt dann da auch noch diese Werbung. Also das hat irgendwas, was einen zum Staunen bringt. Also mich bringt es zum Staunen. Das fällt so ein bisschen in die Kategorie, die wir eben bei Michael Fischer schon gesehen haben. Dieser Moment, der einem begegnet und den man einfängt, ein wunderschöner abgeranzter Hinterhof mit so einem Busch, durch den da die Sonne fällt und sehr schön ins Gegenlicht fotografiert. Dadurch eben auch die Sonne, wie mag ich, auf die falsche Taste, die Sonne, die wird da auch zu so einem schönen Strahlenkranz, diese Taste klebt mir aber am Finger, irgendwie komme ich da immer drauf, zu so einem Strahlenkranz im Prinzip sich da verjüngt oder ausbreitet. Und jetzt, ach, das ist ja verrückt. So, und ja, also sehr, sehr schöner Moment, den ich mir auch einfach vorstellen kann, dass man so im Garten sitzt, in so einem Hinterhofgarten und dann eben, ja, die Sonne genießt, die Sonnenstrahlen genießt und eben auch das Gelb, das wir hier so auf der rechten Seite sehen, so eine schöne Abendatmosphäre eben ausstrahlt, also auch sehr viel Stimmung und Emotion und da gibt es natürlich jetzt die unterschiedlichsten Stimmungen, ne, also da gibt es auch die Stimmung, Mann, ich habe Durst auf ein Bierchen. Sind ja doch auch etliche Biertrinker unter uns und wir sehen, das ist ein Pint. Ein Pint ist die britische Maßeinheit für Bier, was natürlich nicht ganz stimmt, ist ein ganz normales britisches Hohlmaß, aber das in erster Linie für Bier bekannt ist. Da kann ich die kleine Anekdote einflechten, ihr wisst vielleicht, dass in Großbritannien der Schaum oben vom Bier abgestrichen wird und das erscheint uns als Deutsche immer ganz, ganz merkwürdig, weil eben, weil wir halt den Schaum geradezu erwarten. Ja, aber ein Pint ist nur ein Pint, wenn es bis zum Rand gefüllt ist, die haben keinen Eichstrich und man würde sich zu Recht in England darüber beschweren, dass man zu wenig Bier bekommt, wenn das Bierglas nicht tatsächlich bis zum oberen Rand gefüllt ist. Das nur als kleine Anekdote. Ich schalte hier mal kurz, genau verkehrt, in etwas größere Vergrößerung, dass man hier auch ein bisschen mehr sehen kann. So, auch dieses Bild ist wieder so am Rande entdeckt, also ich meine, diese unglaublich schöne, abgeschlissene Ledercouch, dieses tolle Licht, das da offensichtlich durch so ein Kneipenfenster fällt, das auch Struktur hat, dieses abgeranzte Kissen, das ja auch schon halb ausgetrunkene Bier, das da steht, das trotzdem mir zumindest Appetit macht, sieht auch ein bisschen wie ein Kilkenny aus, dann wäre es aber im falschen Glas. Auch im Hintergrund haben wir noch so ein bisschen, eine alte Türe ist da zu sehen, vielleicht ist es auch gar keine Kneipe, aber es ist auf jeden Fall unglaublich gemütlich und abgeranzt und selbst das aufgeschnittene Leder oder aufgerissene Leder da oben ist jetzt nicht eklig, sondern, ah, also ich würde da jetzt sehr gerne sitzen und bei Tageslicht ein leckeres Bierchen genießen. Da würde ich jetzt sehr gerne sein an dieser Stelle. Ja, kommen wir, und ich glaube, das ist Lob, zu Recht, aber kommen wir auch ein bisschen zu der Kritik. Die erste Kritik, die kann er vielleicht gar nicht wissen, wenn ich mal so sagen darf, die kann er vielleicht gar nicht wissen, warum geht das denn nicht hin und her? Ja, hallo, jetzt geht's. Die Bilder sind in sehr kleiner Auflösung geschickt worden und das geht jetzt hier natürlich für die Übertragung, aber auch wenn ich da nah rangehe, dann sieht man, glaube ich, an diesen Stellen schon sehr, sehr deutlich, dass die Auflösung nicht besonders gut ist. Das erschwert tatsächlich ein bisschen die Kritik, weil ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, es ist nicht dieser Schaum zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass da noch was drin ist in diesem Bild, das uns dazu bringen kann, den Schaum noch ein bisschen schöner darzustellen, weil es eben schon so schlecht aufgelöst ist. Aber ich versuche das mal, indem ich nur die Lichter runter setze. Nee, das geht nicht, da machen wir nur das Weiß-Dunkel. Das ist ein bisschen schade, da würde ich mir ein kleines bisschen bessere Nachbearbeitung wünschen, gerade an so einem bildwichtigen Bestandteil wie diesem Schaum. Jetzt pingel ich auch schon so an Technik rum, aber in dem Fall ist es, glaube ich, soll es auch motivierend sein, denn manch gute Bilder werden ja tatsächlich auch besser durch solche kleinen Tricks. Ansonsten würde ich an dem Bild jetzt gar nicht viel verändern wollen. Man könnte ein bisschen den Ausschnitt vielleicht noch verändern, dass das Bierglas ein bisschen nach oben, nee, eigentlich auch nicht. Das ist schon gut, wie es ist. Wenn ich die Tiefen mal hochziehe, dann wird man sehen, dass da oben auch noch diese Türe schön zu sehen ist. Aber ihr seht es, glaube ich, schon in dieser schlechten Vergrößerung, da sind wir mit allem am Ende. Da sehen wir schon JPEG-Artefakte noch und Löcher. Das wäre mal gut, das bräuchte ich mal für einen Kurs, wenn ich den gebe und erzähle immer, es gibt JPEG-Artefakte, die kriegt man so selten zu sehen. Hier sieht man mal genau, was JPEG-Artefakte sind, diese fürchterlichen Kästchen hier, diese bunt gemischten. Warum ich das sage? Weil das schade ist, weil ich würde auch dieses Bild gerne hinten noch ein kleines bisschen aufhellen. Aber das geht eben nicht, weil die Qualität, die technische Qualität des Bildes wirklich unter aller Sau ist. So, aber nochmal, da kann jetzt im Moment der Fotograf nichts für, der hat sicherlich auch noch nicht oft Bilder, der Tim hat sich auch noch nicht oft Bilder in eine Bildbesprechung geschickt, schon gar nicht in meine. Also demnächst, ich hoffe, du schickst mir noch mehr Bilder, suche noch mal ein paar raus, dann bitte in entsprechender Qualität. Sonst kann ich hier relativ wenig daran zeigen und verändern. Also das Bild, das mag ich insofern mit den kleinen Einschreckungen, so wie es ist. Bei diesem habe ich zwar den schönen Sommertag gelobt, aber das ist mir, und das sage ich mal ganz offen, ist mir dann insgesamt ein bisschen zu wenig. Also ungünstiger Standort, das ist schon, ich sagte, Schnappschuss ist gut, selbst Henri Cartier-Bresson hat letzten Endes ja Schnappschüsse gemacht, aber das ist ein bisschen zu sehr Schnappschuss, also hingerotzt, also so aus der Hüfte geschossen. Mir fällt kein anderes schönes Wort ein. Ja, es sind schon Elemente wie die Sonne und das, was ich eben so genannt habe, das ist schön, aber es ist auch ein bisschen wenig. Es ist ja nun mal jetzt auch nur ein Hinterhof und nur Abendsonne und da sind so spannende Sachen, wenn man hier oben mal schaut. Da ist so ein abgeranztes Dach, wo man auch noch Details irgendwie erkennen könnte. Hier diese tolle Türe, so eine Werkstatttüre. Da würde ich ja fast gerne wissen, wo das ist. Ich suche ja im Moment auch eigentlich immer so latent einen Ort nochmal, um mit meinem Studio auszuweichen und ich hätte ja gerne mal so eine Hinterhofschreinerei oder sowas, darf aber nichts kosten. Müsste mir jetzt jemand hier von den Zuschauern für kleines oder gar kein Geld am besten irgendwie zur Verfügung stellen. Aber dann sollte es so aussehen, also so ein bisschen abgeranzt. Aber davon sehen wir ja auf dem Motiv jetzt wenig. Hier sehr viel Busch, wo nichts zu erkennen ist und Himmel, wo auch nicht viel zu erkennen ist. Also ein spannender Ort, schönes Licht, Szene, aber da fehlt mir der eigentliche Bildinhalt ein bisschen. So und zum Schluss dann bei diesem. Da möchte ich auch tatsächlich, das ist, finde ich, belichtungstechnisch gut. Auch hier sehen wir schon bei so einer knappen Vergrößerung, dass es, wenn wir da mal rangehen, selbst diese Schrift ist schon nicht mehr richtig zu lesen, obwohl die noch relativ groß im Bild ist. Auch das muss bessere Qualität haben. Sorry, dass ausgerechnet ich das sage, aber in dem Fall ist es nur gut gemeint. Aber das Bild an sich ist gut und ich glaube, dieses Feeling, dass das Bild so ausstrahlt, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe es eben so mit Zukunfts-, düsterem Zukunftsszenario. Vielleicht ist es auch einfach unwirklich, aber es ist einfach gut gesehen. Und das ist, glaube ich, die Klammer, die alle drei Bilder miteinander verbindet. Da ist auf jeden Fall ein Fotograf mit Herz unterwegs gewesen. Ein Fotograf, der ein gutes Auge hat, der sich mit großer Leidenschaft und mit Liebe eben auch Motiven widmet und auch gar nicht so zwanghaft auf der Suche nach den besonderen Motiven zu sein scheint, sondern auch eben in den kleinen Dingen wie hier etwas entdeckt, was andere vielleicht zuerst gar nicht sehen oder vielleicht auch nie sehen werden. Was soll man sagen? Es gibt eben auch Leute, die es nie sehen. Schade, aber ist so. Ja, lieber Tim, auch dir nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für das Zusenden deiner wunderschönen Bilder. Ich lasse das jetzt hier mal noch so ein Weilchen im Hintergrund so weit stehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dann verschieben wir die Ankündigung auf den Schluss. Der nächste Punkt ist tatsächlich auch ein bisschen erklärbar. Ich mache das heute auch sehr schnell. Und zwar geht es um mein neues Format Lazy Lightroom, das der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt. Ich schaue in diesem Format oder ich suche in diesem Format tatsächlich, ja, wenn es denn zeitlich geht, sogar täglich Fotos aus. Und das ist auch das, was ihr im Vorschaubild dieser Folge zu sehen bekommt. Entschuldigt, dass ich nicht immer so in die Kamera gucken kann, weil ich natürlich zeitgleich hier auch rumwusle. Und hier seht ihr diesen Riesenberg an Fotos, den ich quasi mal aus meinem Archiv gezogen habe. Und jeden Tag suche ich da eins aus und bearbeite das halt für Instagram. So, ja, ich bin auch auf Instagram, www.instagram.de, keine Ahnung. Aber da bin ich zu finden unter axel-j-scherer. Und ja, wir können dann quasi gemeinsam aussuchen. Ihr könnt schauen, was ich da so mache, was ich an den jeweiligen Bildern auch verändere. Und ihr könnt auf Instagram eben auch verfolgen, ob es denn klappt. Ob die Bilder auch Likes bekommen oder eher abstinken. So können wir uns dem zusammen eben nähern. Und ich würde jetzt mal sagen, wir wählen heute mal ganz rau und schnell eins aus. Das möchte ich heute in der Sendung nicht zu sehr vertiefen. Aber wir drehen halt so ein bisschen an einem der Theaterbilder. Ich suche mal eins aus, das vielleicht auch nicht ganz so grob ist. Nehmen wir mal so ein Veranstaltungsfoto. Das ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Das ist meine Auswahl für heute. Und das ist entstanden in Hamburg. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die große Arena in Hamburg heißt. Ich glaube, benannt nach irgendeinem Sport-Event. Oder es war irgendwas. O2-Arena vielleicht. Ich bin da nicht so im Bilde. Ich bin nur hingefahren und reingegangen. Da gab es einen großen Event. Und der junge Mann hier im Vordergrund ist der Chef einer Leipziger Eventfirma. Sehr sympathischer Kollege. Der Johannes. Und der hat das da alles gemanagt. Und den habe ich da während der Arbeit, da gibt es noch ganz viele Fotos, auch von habe ich ihn da so vor der Halle aufgenommen. Und ja, das würde ich jetzt gerne mal Instagram hochladen, weil es auch mal eine andere Form von Porträt ist und eben auch diesen gewaltigen Hintergrund im Bild hat. Ich würde das aber noch entwickeln wollen. Ich sage immer gerne, dass ich wirklich gerne schräge Fotos mache. Schräg im Sinne von wirklich diagonal angelegt. Und wir sehen, glaube ich, auch hier ganz schön, dass diese Linie diagonal verläuft. In dem Fall mag ich das tatsächlich nicht so sehr, denn Dramatik hat das Bild ja schon durch den Hintergrund genug. Deswegen ist tatsächlich die erste Amtshandlung hier das Bild gerade zu ziehen mit dem Helft mir auf die Sprünge-Freistellungswerkzeug. So, wir machen es etwas gerade. Das führt auch gleichzeitig dazu, dass der Johannes etwas mittiger rutscht. So, da werde ich jetzt in dem Fall sogar relativ pingelig. Können wir noch ein bisschen zugeben, weil das Brett auch nicht ganz gerade ist. Das ist auch gemein. Und ich würde sagen, dann ist der Kopf an richtiger Stelle. So, ganz gerade geht es nicht, weil, wie gesagt, das Brett unten nicht seitenparallel zur eigentlichen Halle läuft. Aber so ist es auf jeden Fall schon deutlich gerade als eben. So, die Farbigkeit gefällt mir an sich ja ganz gut. Es ist ja auch dieses grüne Effektlicht da, das eben da auf den Dads scheint. Wir können es mal etwas heller machen. Das kann dem Bild auf gar keinen Fall schaden. Und wir können vielleicht auch ein bisschen noch Gelb reingeben, um die Lebendigkeit noch mal zu betonen. Dazu, er ist ja jetzt nicht so ein, er ist ja eh ein feingliedriger Typ, deswegen schadet es bei ihm auch nicht, wenn wir ein bisschen Saft über die Klarheit auf das Bild geben und eventuell sogar den Kontrast noch etwas erhöhen. So, so sieht das schon ganz schön aus. Ich gucke mal, mit wie viel ISO das Bild aufgenommen wurde. Das dauert ein Sekündchen, bis das angezeigt wird. Da mit 3200. Das heißt, das können wir auch etwas entrauschen, wenn es notwendig ist. Aber das machen wir zum Schluss. Was jetzt ja schon auffällt, weil da von den Notenpulten Licht von der Seite kommt, ist aber der eigentliche Hauptteil, nämlich sein Gesicht, zu dunkel. Das ist einfach so. Deswegen setze ich jetzt mal relativ großflächig über ihn in der Mitte eine Maske, die wir hier auch angezeigt bekommen. So, und diese Maske wird jetzt der Punkt sein, der sich etwas aufhält. Das würde ich schon deutlich machen, dass das Gesicht da etwas mehr hervorspringt und da kann dann auch etwas mehr Kontrast noch rein. Vielleicht auch noch etwas Klarheit. So, damit sich das aber nicht hier so absetzt, werde ich jetzt von der Maske wieder... Also, absetzt heißt, man sieht so ein bisschen den Rand der Maske, die ich gemalt habe. Deswegen mache ich jetzt mit sehr weicher Kante nochmal eine Minusmaske. Also, das heißt das Tool, das Radiergummi-Tool, wenn man so will. Und nehme nochmal ein kleines bisschen hier vorne von der Maske weg, damit er nicht so einen heiligen Schein hat. So, ich glaube, das ist dann aber ganz gut. Das sieht kein Mensch mehr außer uns, die es ja wissen. So, dann als letzten Punkt, hatte ich schon gesagt, dass wir noch ein kleines bisschen am Rauschen arbeiten und das Rauschen, dass wir über die Details verändern können, aber keine gute Bildvorschau. Ich bin da gerade nicht auf dem Server angemeldet. Aber so eine leichte Rauschreduzierung können wir da auch noch reinrechnen. Etwas nachschärfen. Und das müsst ihr mir jetzt glauben, weil, wie gesagt, der Server im Moment nicht an ist und wir hier gerade mit dem großen Vorschau-Bild arbeiten, beziehungsweise der Smart-Vorschau. So, das wäre das bearbeitete Foto, so wie ich es dann im Anschluss an die Sendung bei Instagram hochlade. Schaut da vorbei. Achso, wir schauen es noch einmal im Vergleich. Wir schauen es noch einmal im Vergleich. Jetzt habe ich mir den Wolf gearbeitet. Das war es vorher. Und das ist es jetzt. Ich brauche einen neuen Rechner. Ihr merkt das. Geht mir alles auch ein bisschen langsam. Aber es liegt auch am Server. Also, das ist das Bild, das bei Instagram gleich hochgeladen wird. Ich finde das ups, lädt schon nach. Da steht Daten werden geladen. Geladene Daten freuen uns ja immer. Machen wir es so. Schaut da rein bei Instagram. Addet mich da auch gerne. Ich adde aber auch jeden, den ich kenne, gerne zurück. Und jeden, der sich mit Fotografie beschäftigt. axel-j-scherer. Mittlerweile dürftet ihr da auch nach Fotomove suchen können. F-O-T-O-M-O-V. Dann kommen zumindest Bilder von mir, die damit getaggt sind. Und auch dann findet ihr mich. Und dann können wir gemeinsam, das finde ich ganz schön, gemeinsam ein bisschen gucken, was geht. was nicht geht. Und was möglich ist. Das ist sehr schön, dass jetzt gerade ein Anruf kommt. Aber den kann ich dann leider gerade nur ablehnen. So, kommen wir zum letzten Punkt der Reise für heute Abend. Und zwar eine Veranstaltungseinladung, wenn man so will, beziehungsweise ein Veranstaltungsformat, Veranstaltungsformat nennen, das mir heute Mittag noch mal vor die Füße gefallen ist. und zwar am kompletten Wochenende, und zwar am kompletten Wochenende, am kompletten Wochenende, und ihr seht schon neben mir im Bild jetzt dieses etwas unheimliche Auge, findet im Bahnhof Oberhausen, und zwar bei Kunst im Turm e.V. ein sehr interessanter Kunst-Event statt. Und zwar, soweit ich mir habe sagen lassen oder eben noch nachlesen konnte, ist es eine Art Performance-Installation, die also auch keinen bestimmten Startpunkt hat, die ich vermute mal eigentlich auch durchlaufen könnte, aber die Performerin in diesem Fall muss ja auch irgendwann mal essen, schlafen, trinken. Das heißt, relativ lange ist sie aber täglich da, und die nächste gute Gelegenheit wäre vielleicht heute noch nach der Sendung, das wird aber knapp, wäre dann laut Kitev am Sonntag. Am Sonntag. Und es handelt sich um die Künstlerin, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Roche Seba. Und ich schalte da mal eben um, und Roche Seba, der wahrscheinlich, ich vermute mal auch das Auge gehört, das uns da gerade so gruselig anblinkert, ist halt Künstlerin, Performance-Künstlerin, Feministin, kommt aus Teheran, und ja, wird eben relativ lange, und zwar, wo man denn aktuell ist, wo ist denn ihre Ankündigung? Die hatte ich doch eben hier. Die würde ich ja schon gerne sehen. Ist die schon wieder weg? Na, das kommt darauf, das passiert, wenn man, äh, wenn man sich auf das Internet verlässt. Da war eben alles so schön aufgeführt. Da, aktuelles, man muss nur sich im Internet auskennen, und auf den richtigen Knopf drücken. so, das beschreibt nämlich etwas genauer auch den Namen, beziehungsweise das Auge. Es ist Roche Seba und House of Chaos, äh, und, ähm, jetzt bin ich mit meiner Aussprache, glaube ich, ganz am Ende. Chimera Kamikaze Interruptions, findet statt dieser Event, Ausstellung und Performance, äh, am Sonntag, und zwar lange, äh, zwischen 14 und 23 Uhr. Und, wie mir gesagt wurde, ich habe nämlich am Sonntag auch nicht viel Zeit, aber ich sagte, komm doch mal vorbei mit der Kamera, was ich eben, wenn es irgendwie geht, auch tun werde. Und was die Sache eben erleichtert, man kann halt wohl immer vorbeikommen, äh, und, äh, ja, was dann passiert, kann ich euch nicht sagen. Hm. Ich kann euch, weil ihr es schlecht lesen könnt, einmal diesen englischen Text kurz vorlesen. Der wird euch aber auch nicht schlauer hinterlassen. What is it? We will not know. A layered glitchy walls, a recurring lobster, a singing plant, and something you will not grasp, even though you will be a part of it. There will be a food, there will be a flirt, there will be insecurities, there will be a film set, a green screen. Shemara is here to breathe in an entire wasteland of validness and to breathe out the sea of whatever may come. But before you go, can you look at the shoe? Question tag. Ähm, das hinterlässt mich mit genau den gleichen Fragezeichen wie euch vermutlich, aber genau dann kriege ich Bock. Dann habe ich wirklich Lust, mir sowas anzuschauen. Und vermutlich wird es auch für diejenigen, die, sagen wir mal, verschämt sind und vermutlich wird es was sein, das auch den Zuschauer fordert. Ich will das sogar ein bisschen hoffen. Wenn ich schon mal vor die Türe gehe, alle wissen, wie ungern ich vor die Türe gehe, dann will ich auch als Zuschauer ein bisschen gefordert werden. Bin mal gespannt. Dann müssen auch die Schauer der Scham mir über den Rücken laufen. Aber vielleicht ist es auch genau das Gegenteil. Das ist vielleicht auch nur meine Fantasie, die da mit mir durchgeht. KIT e.V. übrigens auch was, was ich hier mal in Ruhe vorstellen möchte. Sehr interessante Macher, die ich auch sehr schätze und auch lieb habe und die sehr viel in meiner Stadt hier auch bewegen und tun. Und ich hoffe, dass auch die irgendwann mal an diesem Format irgendwie noch enger beteiligt werden können. So, ich lasse das Auge mal im Hintergrund noch ein bisschen weiter blinken. Und Ruppi Zuppi sind schon wieder 45 Minuten rum. Ja, prallvoll war die Folge wieder, aber ich habe ja schon in der Vorankündigung gesagt, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche kleinen sechsminütigen, zehnminütigen YouTube-Videos mit immer der gleichen Scheiße abzufeuern, sondern dass man ein gewisses Maß und einen gewissen Grad an, ja, Erwachsenheit mitbringen muss, wenn man hier zuschaut. Und nicht nur Erwachsenheit, sondern auch eben die nötige Ruhe und Gelassenheit, vielleicht einfach auch mal ein Weilchen zuzuhören. Und das ist etwas, was ich euch bieten werde. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Domian-Kritik hat mich sehr gefreut. So, wir sind bei der Verabschiedung. Kommende Folge, kommenden Freitag, dann wieder um 20 Uhr. Da steht nicht so etwas auf dem Termin, planen wir heute, also 20 Uhr am 23.02. Ich hoffe, dann wieder einen Gast begrüßen zu können, der eigentlich heute schon angekündigt war oder zumindest im Hinterkopf. Aber egal, Gäste habe ich sehr gerne, das belebt die Sendung und dann kann man auch einfach mal entspannt ein Gespräch führen. Heute auch noch After-Chat, also Foto-Move-Forum. Jetzt ist 21.47. Ja, gebt mir ein kleines Päuschen. Ich werde dann auch bei Facebook so gegen 22 Uhr, vielleicht ein bisschen früher eben den Chat starten, wenn es noch irgendwas gibt, wenn die Fotografen, die ich heute besprochen habe, noch Fragen haben, wenn ihr noch Fragen habt zu meinen Bildern, zur Auswahl oder fragt, an wen ihr denn die Bilder schicken sollt, etc. Ja, ich habe es auch schon gesagt und bitte tut es auch, liken, abonnieren, aufs Glöckchen klicken und ja, ich weiß, die Zuschauerzahlen steigen, aber alle vergessen aufs Glöckchen zu klicken. Tut das, denkt daran, zumindest ab 100 Abos habe ich euch noch ein witziges Video versprochen. Das kommt dann auf jeden Fall auch und so weit sind wir auch nicht mehr entfernt. Also, wenn ihr euch jetzt anstrengt und wir schaffen das und ihr klickt da tatsächlich alle drauf, dann seht ihr bald das lustige Video. So, das war's für heute. Wir sehen uns im Laufe der Woche auf jeden Fall noch bei Lazy Lightroom. Das geht ja auf jeden Fall weiter. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.